Egerkinge Bahnhof Busbetrieb Olten Gösge Göi begrüsst Sie auf der Linie 501 nach Egerkinge Göipark. Göipark, auf Wiedersehen. Busbetrieb Olten Gösge Göi begrüsst Sie auf der Linie 501 nach Schönenwerth. Egerkinge Bahnhof Weidefeld Egerkinge Zentrum Egerkinge Biograbe Talreich Halbrüte Hägedorf Soledonerstrasse Gässli Nelle Nelle Rickenbach Dorf Kleiderfrei Wange Biolte Dorf Ochse Neuhäusli Kalkhofen 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 Ochse Ochse Bahnhof Der Bus fährt weiter nach Schönenwerth. Busbetrieb Olten Gösge Göi begrüsst Sie auf der Linie 501 nach Schönenwerth. Trimbacher Brücke Ochse Kalkhofen 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 Oste Haslistrasse Kalkhofen Winsnau Ausserdorf Winsnau, Dorf Winsnau, Säliblick Obergösgen, Schulhaus Obergösgen, Dorf Busbetrieb Oute-Gösgen-Göi begrüsst Sie auf der Linie 501 nach Schönenwerd, Bollefeld Niedergösgen, Mühle-Dorf Kraftwerk Knoblitz Falkenstein Niedergösgen, Jurastrasse Schönenwerd, Bahnhof Nord Tannheim Der Kurs endet hier Bitte alle aussteigen Auf Wiedersehen Schönenwerd, Bahnhof Busbetrieb Oute-Gösgen-Göi begrüsst Sie auf der Linie 501 zum Bahnhof Oute Schönenwerd, Bahnhof Seine